Was? Ich bin so schlecht im Bettern, aber ist noch Bock. What? Oh, Scheiße. Und heute wollte ich mal versuchen, mehr als, sagen wir mal... ...und da können wir ja wieder erweitern, wie bei Disco-Dominanz. Okay, boy. Jetzt muss ich mal Pumpgun Dessert. Dessert Pumpgun. Pumpgun Dessert. Dessert Pumpgun. Okay, gut. Nein! Ich wollte wechseln und es ging nicht. Oh Gott, das ist so wieder so mies, Leute. Aber egal. Oh, jetzt kann ich damit so gar nicht aus. Ich muss erst mal gucken. Also man muss diese Dürburgrer, ich muss diese Tomate da, weil ich nicht Dürburgrer bin. Schrotten. Aber man will auch paar Clips machen, oder? Ja. Oh boy, der ist auch nicht. Ja, Digga. Ja, wo sind die ganzen Buys? Stimmt. Das macht ja so überhaupt nicht Druck. Hä? Wo sind... Die haben aber Null Bock auf... Die haben ja Null Bock auf uns. Die sind da ja überall verteilt und keiner beschützt. Den da haben wir echt Lack gehabt. Von mir sind voll wenig. Da ist einer. Nein, Bro, ich will den killen. Wehe. Geil. Komm, Digga. Ich läd's doch hoch. Auch wenn's keine 8 Kräger haben wird, aber wär geil. Ich weiß nicht, wenn's 10 sind, aber... Wir führen schon zu heftig. Kann... Oh, Digga, das macht keinen Bock mehr. Alles klar, was hab ich... Geiler Move. Mhm. Wollen wir erstmal zwei mal trinken? Schlürf, schürf. Komm. Wo sind die Gegner? Da. Da ist die Gegner. Oh, okay. Oh, okay, okay. Aber ich glaube, dass ich ihn immer wiederholt habe. Bro. Lebihig. So... Oh... So... 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 Tja, das ist doch nicht zwar hoch, aber das war echt mies gerade. So... 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 So stand ich zwar hoch, aber das war echt mies gerade. Aber tschau, Leute.